Weiter geht's mit Responables, Forderung, zack, bewerte jetzt, machen wir nicht, das machen wir später und wir spielen die nächste Runde in Sandstadt. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen Action machen. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen machen. Ja komm holen wir Geil Stufe 4 haben wir erreicht Ja sieht sehr gut aus was wir hier fabrizieren Da ist einer, scheiß auch ab Alter wie jagt denn ab hier die sehen ja keine Sonne die Typen Na los wir nach vorne Yeah 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 Alter wir haben gewonnen wir sind nicht immer in Storm 11 zu 0 Alter die sehen ja keine Sonne Juuut Alter wir haben ja auch immer eine richtig geile Runde Wir gehen mal auf weiter Juuut wir sind in Level 4 aufgestiegen Gehen wir nochmal auf weiter Wir haben eine neue Wurmer freigeschalten Die Schrotflinte und ein grünes Barrette Dann eine Weste und ein Pfadfinder Outfit Außerdem haben wir hier Dynamit Geil Juuut jetzt haben wir auf jeden Fall gut Action gemacht Ich glaube es war eine richtig fette Runde Also ich hoffe euch hat es gefallen Wenn ja dann schreibt mal rein Wie ihr so seid in dem Spiel Wie es euch gefällt Was ihr für Waffen cool findet Auf welchem Level ihr seid Würde mich alles mal interessieren Und außerdem hoffe ich euch hat es gefallen Wenn ja dann verjestet Abonnieren nicht Teilt die Scheiße hier Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Ciao Ciao und dann corners